Herzlich willkommen zu einem neuen Passive Income Quickie. Ich will dir hier in 60 bis maximal 90 Sekunden spannende Strategien vorstellen, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst. Und dabei geht es heute um das Thema Photovoltaik und ich schmeiße meinen Wecker. So, Photovoltaik, was hat das mit passivem Einkommen zu tun? Ganz einfach, du kannst dir eine Photovoltaikanlage kaufen, auf deinem Dachbau und in deinen Garten stellen, auf deine Garagen andringen und sobald sich deine Anlage amortisiert hat, kannst du das, was deine Anlage an Strom generiert und ins Netz einspeist als residual, also das, was du selber nicht brauchst, bekommst du natürlich als Vergütung auf dein Konto. Für diesen Strom wirst du bezahlt und so arbeitet deine Photovoltaikanlage für dich und erwirtschaftet dir Monat für Monat ein passives Einkommen. Das ist im Groben auch schon alles, was es zur ganz, ganz kurzen Short-Vorstellung, dieses Geschäftsmodell zu sagen gibt. Ich habe es sogar in deutlich unter einer Minute geschafft. Und wenn du interessiert bist, mehr dazu zu wissen, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert, wenn du weitere Informationen zu passivem Einkommen und den verschiedenen Möglichkeiten haben möchtest, habe ich dir hier unten mein Orientierungscoaching für passives Einkommen verlinkt. Und in diesem Orientierungscoaching gebe ich dir einen Überblick über alles, was ich in den letzten zwei Jahren dazu gelernt habe. Zeig dir alle die Geschäftsmodelle, die ich kenne, sodass du eine perfekte Entscheidungsgrundlage hast und genau weißt, was es da draußen alles gibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.